So, und nachdem ich jetzt über eine Stunde rumgesucht habe, ja, habe ich mich leicht beraten lassen und anscheinend habe ich hier auf dem Vateropferung einen Boss übersehen. Ich habe keine Ahnung wen, ich habe keine Ahnung, ja, was er macht, was er kann, was er ist, aber irgendwo muss er hier sein. Gehen wir einfach mal den kompletten Weg ab. Irgendwie werde ich ihn schon finden. Kann ja mal passieren. Vor allem bei meiner Spielweise, ich renne ja einfach drauf los. Passiert auch, dass ich das übersehe. Aber ein Boss? Kann man hier runterjumpen? Sieht eher nicht so aus. Hier gibt es nichts. Gar nichts. Mann. Ah, da unten ist eine Höhle, okay. Wie komme ich da runter? Kann ich hier vielleicht? Ja, ja, ja. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Geht es da irgendwie unter den Wald? Böses Hundi. Böses Hundi. Nee, nur eine kleine Höhle. Schade. Das wäre jetzt cool, wenn es da weitergegangen wäre, aber zu früh gefreut. Was war das für ein Ring? Ja, okay. Ah, nur Wunder. Okay, hier ist jetzt die letzte Chance. Sonst ist hier nirgendwo was. Wenn es hier nicht ist, dann... Dann keine Ahnung. Aber hier war ich doch schon, eigentlich. Ah, nee. Oh Gott, bin ich doof. Oh Gott, ja. Ja, ich erinnere mich. Ja. Beim ersten Durchlaufen. Da war doch gerade die Abzweigung nach links und nach rechts. Und ich habe irgendwie gesagt, von wegen, ja, nach rechts gehe ich nachher. Und dann bin ich links gegangen und wurde dort wegen irgendwas Dummen abgelenkt. Und dann habe ich nicht mehr dran gedacht. Ja, ja, oh mein Gott, ich war schon hier. Ja, oh Gott. Fail. Fail. Ja, klar. Ja, natürlich. Natürlich. Okay. Ja, gut, das war jetzt meine Dummheit. Ja, gut. Okay. Das sieht nach einem Magier aus. Autsch. Okay. Okay. Ja, gut, aber er steckt gut ein. Äh. Er steckt nicht so gut ein. Wir machen ziemlich gut Schaden. Das wollte er sagen. Wo ist er hin? Ah, da. Du nervst. Geh sterben. Ei, 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 ei. Okay. Ah, nein. Er kann sich klonen. Fuck. Autsch. Nein. Ah. Ah, 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 ah. Okay. Du der echte. Ah, ja, 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 ja. So langsam, so langsam komme ich drauf. Der echte schießt mit lila. Und die Klone mit blauem Zauber. Komm schon, komm schon, ich habe ihn noch fast Alter, das ist ja scheiß Kristall Autsch Hey Komm, ich habe ihn fast Ich will jetzt nicht verrecken Also jetzt, die blauen ignorieren Blau Das gibt es schon mal nicht Aber wo ist der echte? Da ganz hinten Schnell, bevor mich die Klone töten Ja, aber so funktioniert es Einfach die Klone am besten, keine Ahnung, ignorieren oder so Nein, ist auch ein Klone Fuck Okay, wo ist er? Da rechts Okay Dich kriege ich Komm, 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 first try Nein, nein, nein Yes Yes, man Geil Okay Ja gut, der war aber auch eigentlich An sich machbar Der ist ja dafür gedacht, früher gemacht zu werden Ich habe ihn ja erst zu spät gefunden Naja, trotzdem First try Das ist doch auch was Gibt es hier oben noch was? Ne, sieht nicht so aus Ah, fuck Fuck off Gehen wir mal weiter Oh, ein Feuer Oh, hallo So sehen wir uns wieder Autsch Was ist das? Fettes, hässliches Kind Keiner mag dich Oh, guck mal, eine Standardrüstung War das Kleriker oder? Ja, ich glaube Was gibst du mir? Ich will da einen hässlichen Hut nicht Keiner will da einen hässlichen Hut Der ist scheiße Okay, ich rufe mich die Brücke hin Das sieht mir sehr nach einem neuen Gebiet aus Und das freut mich doch Schon wieder ein Leuchtfeuer Seriously Also, damit haben sie es echt übertrieben Also, das ist schon nicht mehr witzig Es gibt echt alle 100 Meter Leuchtfeuer Oh, guck mal Da kann man in den Wald Na, was gibt's für Schönes? Ich möchte Loot Ich möchte Loot Oder einen Gegner Gib mir irgendwas Hier ist nichts Da komm ich mir aber verarscht vor Hier ist immer noch nichts Jungs Warum gibt's hier nix Warum kann ich in den Wald laufen, ohne dass es was gibt Oh, guck mal, da ist ja jemand Hallo Der ist böse Stirb Aber kein Invader Oh, ey Oh, hey Stirb Hör auf rumjumpen Lass das Bruh Stop doing that Hör auf das sollte mich nicht nachmachen also geht doch doch jetzt gar nicht so schwer oder anscheinend ja wohl doch na gut wenn es bald nichts gibt gehen wir halt die treppe hoch guck mal da steht ja schon der nächste was habt ihr mit euren messern ich will eure messer nicht alter nicht lustig okay aber der macht da ich kaum schaden geht eigentlich schon easy dass man dafür die zwei leute in leuchtfeuer setzt also das kommt schon ein bisschen traurig das ist ein bisschen traurig wenn wir das leuchtfeuer schon da haben können wir uns auch gleich heilen trotzdem ist es unnötig naja kommt jetzt hier das neue gebiet ja das ist die kalenderale von der die ganzen leute gesprochen haben ok wenn du willst stirb ich bin zu dumm zum treffen alter was soll das ähm ähm äh entschuldigung dürfte ich mal bitte kurl dankee alter ich geh was ist das was ist das alter warum gehen die nicht weg Alter, was ist das? Fickt euch! Nein! Hey, das Ding, das geht nicht weg. Warum geht das scheiß Blutding nicht weg, Alter? Was? Jetzt, jetzt, ja. Alter, wow. Was war das denn bitte? Was war das denn bitte? Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Was kommt hier jetzt? Schon wie... Schon wie dein Leuchtfeuer, Alter. Wow. Wow. GG. Okay. Ja gut, fürs neue Gebiet halt. Aber trotzdem, trotzdem ist es ein bisschen übertrieben. Kann ich hier raus? Nein. Na gut, aber ich denke mal, das wird dann auch jetzt für ein Part reichen. Schauen wir nur noch kurz, ob's hier rausgeht. Nein. Hat du mich auch, blöde Tür? Naja, gut. Ich glaub, dann werd ich wohl wahrscheinlich wohl oder übel durch diesen komischen Friedhof müssen. Aber was waren das für Dinger, ey? Alter, keine Ahnung. Ich glaube, da war es für Dinger. Ich glaube, das war es für Dinger. Ich glaube, ich glaube, der hat ein bisschen Also, ich glaube, das war es für Dinger. Und das war es für Dinger.